In Filmen und Serien sehen wir oft Dinos gegeneinander kämpfen. Sei es T-Rex gegen Spinosaurus in Jurassic Park 3 oder Giganotosaurus gegen Tericinosaurus in Jurassic World Dominion. Jedoch sind diese Darstellungen oft falsch. Daher stellt sich die Frage, welche Dinosaurier haben wirklich gekämpft und wie hätten solche Kämpfe ausgehen können? Tja, in diesem Video werden diese Fragen beantwortet. Kurz noch die Regeln. Es geht um ausgewachsene Dinosaurier aus der gleichen Zeit und der gleichen Region in einem 1 gegen 1 Kampf in offener Landschaft. Guckt euch das Video bis zum Ende an, das letzte Duell wird euch überraschen. Machen wir also einen Sprung zurück in die Vergangenheit und werden Zeuge von einigen der epischsten Kämpfen, die je stattgefunden haben. Die Lofosaurus war wohl einer der ersten größeren Theropoden, die weltweit im frühen Jura auftauchten. Die Lofosaurus selbst war der Vorreiter in Nordamerika. Die Zweikamm-Echse lebte vor 199,3 bis 183,7 Millionen Jahren in der Cayenta-Formation, in den zum Unterjura gehörenden Zeitaltern, Cinemurium und Plinsbachium. Die Lofosaurus erreichte eine Länge von 7 Metern und ein Gewicht von 400 Kilogramm und besaß einen Kamm. Die Zähne waren lang, gebogen, dünn und seitlich zusammengedrückt und erlaubten für potenziell vernichtende Bisse. Über seine Beißkraft wird noch diskutiert, wobei eine starke Beißkraft durchaus möglich erscheint laut einem 2021 Artikel von Brown & Row. Außerdem besaß dieser Räuber eine große Handklaue und mehrere große Fußklauen. Die Lofosaurus-Gegner ist der Prosauropode Sarasaurus. Mit einer Länge von 4 Metern und einem Gewicht von nur 200 Kilogramm kann man sich kaum vorstellen, dass aus diesem Sauropodomor auf einmal die großen Sauropoden werden. Sarasaurus lebte von 199,3 bis 182,7 Millionen Jahren in der Kalienta-Formation, ebenfalls in den Zeitaltern Cinemurium und Plinsbachium des Unterjura. Es wird immer noch diskutiert, ob Sarasaurus reiner Pflanzenfresser war oder eher Omnivore. Sarasaurus ähnelt den Sauropoden bereits in einer Reihe von Aspekten, einschließlich des verlängerten Halses und des robusten Körperbors. Sarasaurus war zweibeinig mit Vorderbeinen, die viel kürzer waren als die Hinterbeine. Und ausgestattet mit kräftigen Greifhänden. Sarasaurus war mittelgroß für einen basalen Sauropodomorpha. Aber wie würde ein Kampf dieser beiden ausgehen? Die Lofosaurus gewinnen Gewicht, Höhe und vor allem in Sachen Jagdausstattung. Sarasaurus dagegen könnte einen die Lofosaurus wohl auch nicht unter seinem Gewicht erdrücken. Dafür ist er zu leicht. Noch dazu besaß Sarasaurus einen langen Hals, den ihn verwundbar macht. Sarasaurus würde wohl nur eine Chance haben, wäre es ein halbwüchsiger die Lofosaurus. 90% gehen an die Lofosaurus. Allosaurus, das zahlenmäßig dominanteste Raubtier des Oberjuras in Nordamerika. Die Typosat Allosaurus Fragilis lebt in der Morrison Formation in Nordamerika im Chimericium und Tifonium des Oberjuras. Allosaurus Fragilis konnte eine Länge von bis zu 9,7 Metern erreichen und wog maximal 2,7 Tonnen. Allosaurus ist mit langen Handklauen und einem Kiefer voller rasiermesserschraffe Zähne ausgestattet. Er war ein aktiver Jäger, der gerne aus dem Hinterhalt operierte. Das ikonische Gegenstück des Allosaurus ist das Digosaurus. Dieser Thyreophore ist einer der beliebtesten und bekanntesten Dinosaurier überhaupt. Er bewohnte ebenfalls die Morrison Formation im Chimericium und Tifonium des Oberjuras. Stegosaurus Stenops ist die Typosart seiner Gattung, während es Ungulatis die massigste Art zu sein scheint. Es gibt auch eine dritte Art namens Stegosaurus Sulcatus. Stegosaurus besaß Osteoderme in Form von knochenartigen Schuppen entlang seines Körpers. Seine beste Waffe war jedoch ein viel kleineres Accessoire, die Schwanzstacheln. Diese gewaltigen Stacheln können angreifende Raubtiere leicht verletzen. Normalerweise würde Stegosaurus friedlich in der niedrigen Vegetation der Morrison Formation grasen. Doch heute heißt es Stegosaurus Stenops gegen Allosaurus fragilis. Stegosaurus Stenops kommt auf eine Länge von 6,5 Metern und hat mit 3,5 Tonnen einen eindeutigen Gewichtsvorteil. Allosaurus hingegen ist schneller, wendiger und hat seine scharfen Zähne und Handklauen als Hauptwaffen. Allosaurus hat auch die Intelligenz auf seiner Seite. Der Stegosaurus ist jedoch ein massives Tier und lässt sich vom Allosaurus nicht umhauen und schwingt stattdessen seine Schwanzstacheln in Richtung des Angreifers. Ein Schlag mit den Schwanzstacheln könnte für den Allosaurus brutalen Schaden bedeuten, während der Stegosaurus nur zwei Schwachpunkte hat, seinen Hals und die Unterseite seines Körpers. Stegosaurus Stenops gewinnt diesen Kampf, auch wenn er kaum eine Tonne mehr Masse hat. 75% gehen an den Stegosaurus. Giganotosaurus, der berühmt-berüchtigte Megatheropode aus der Candelerus-Formation in Patagonien. Typusmitglied und Namensgeber der Giganotosaurus, möglicherweise größtes fleischfressendes Landtier aller Zeiten. Er lebte im Cenomanium der Kreidezeit von 99,6 bis 96,1 Millionen Jahren. Giganotosaurus war ein Ungetüm mit einem Gewicht von etwa 8,4 Tonnen und einer Länge von bis zu 13 Metern. Das Exemplar MUCPV95 soll sogar noch größer sein und bei seiner oberen Schätzung satte 10,4 Tonnen wiegen, womit es mit dem T-Rex Exemplar, bekannt als Copium Rex, in Gewicht konkurriert. Giganotosaurus sind für ihre großen Schädel und scharfen, heifischartigen Zähne sowie kleine stachelartige Rückenfortsätze bekannt. Große Karcherodontosaurus erscheinen sich im Allgemeinen auf die Jagd auf große Beute angepasst zu haben, wie man zum Beispiel in den Lebensräumen von Mapusaurus und Akkocanthosaurus sehen kann. Die Hände von Giganotosaurus könnten ebenfalls recht nützlich gewesen sein, da sie im Verhältnis zur Körpergröße unter den Theropoden halbwegs groß waren und scharfe Krallen besaßen. Giganotosaurus und Tyrannotitan besaßen mit ziemlicher Sicherheit auch Neuralstacheln an ihren Schwanzwirbeln. Titanosaurier sind das, was wir am ehesten mit Giganotosaurier Beute in Verbindung bringen. Andesaurus war ein basales Mitglied dieser Gruppe. Obwohl Andesaurus für Sauropoden ja klein war, konnte er dennoch bis zu 18 Meter lang und 7 Tonnen schwer werden. Darstellungen von Andesaurus zeigen oft ein Tier mit einer Höhe von 6 Metern, was es ihm ermöglicht, ein hoher Vegetation zu fressen. Andesaurus lebt auch in der Candelerus-Formation in Patagonien in der Zeit von 99,6 bis 97 Millionen Jahren. Der Name Andesaurus leitet sich von den Anden in Südamerika ab, da die Fossilien dort gefunden wurden. Leider ist dieser Titanosaurier nicht sehr gut bekannt, da es nur ein Teilskeleck gibt, dass es eine Reihe von vier Wirbeln des unteren Rückens sowie 27 Schwanzwirbeln besteht. Und so stellt sich nun die Frage, ob ein Giganotosaurus mit 8,4 Tonnen, der normalerweise kleinere Sauropoden jagt, einen ähnlich großen Titanosaurier schlagen kann. Finden wir es raus. Giganotosaurus hat den leichten Größenvorteil und auch die Geschwindigkeit auf seiner Seite. Auch seine Bewaffnung spricht für ihn, denn seine Zehen sind perfekt, um Fleisch zu durchtrennen. Andesaurus hat den Höhenvorteil und besitzt einen Langschwanz, der etwa die Hälfte seiner Körperlänge beträgt. Dieser Schwanz könnte den massiven Giganotosaurus möglicherweise verletzen, aber der Jäger lässt sich nicht so leicht abschütteln. Der Giganotosaurus, der mit etwa 4 Metern Höhe mehr als doppelt so groß ist wie ein durchschnittlicher Mann, könnte den Andesaurus sogar an seinem Hals oder an fast jeder anderen Stelle angreifen, die er für geeignet hält. Mit seinen Zehen setzt er ein Biss nach dem anderen und der Andesaurus schläft langsam aber sicher ein. 70% gehen an Giganotosaurus. Wenn das Exemplar MUCP V95 gegen diesen Sauropoden gekämpft hätte, wäre das Verhältnis noch weiter auf die Seite des Giganotosaurus gerutscht. Der Neovenator lebte auf der Isle of Wight in Südengland. Er wurde in der Vessex Formation gefunden und auf die Zeit zwischen 130 und 125 Millionen Jahren datiert. Neovenator gehörte zu der nach ihm selbst benannten Karcherodontosaurier Untergruppe Neovenatoridae. Die Neovenatoridae oder die neuen Jäger sind zwar eine Untergruppe der Karcherodontosaurier, aber keine Untergruppe der Karcherodontosauride. Das heißt, sie sind nicht direkt mit den Karcherodontosauriern, Karcherodontosaurus, Akkocantosaurus usw. verwandt. Sie sind eher eine Schwestergruppe der Karcherodontosauride. Es könnte jedoch sein, dass Neovenator doch ein Karcherodontosauride ist, wenn wir uns das Kladogramm von Fernando Novas aus dem Jahr 2013 ansehen. Abgesehen von seiner immer noch schwierigen Klassifizierung ist dieses Tier auch für Allosaurus ähnlicher Merkmale bekannt. Denn es besaß einen relativ kratzilen Körperbau mit einem Gewicht von nur einer Tonne für einen 7 Meter langen Neovenator. Einige fossile Fonde deuten jedoch darauf hin, dass Neovenator sogar bis zu 10 Meter lang werden konnte. Abgesehen von seinem mit Haifisch ähnlichen Zehen gefüllten Maul scheint der Neovenator auch starke und nützliche Arme mit großen Krallen zu haben. Wie der Karcherodontosaurus scheint auch der Neovenator ironischerweise halb-aquatische Gegenstücke in Form von Bionics, Seratosuchops und Reparovenator zu haben. Im Reich des Neovenators gab es auch einen anderen berühmten Dinosaurier, das Iguanodon. Der Name bedeutet Leguan-Zahn. Iguanodon lebte ebenfalls in der Vessex-Formation, aber nur von 126 bis 122 Millionen Jahren. Iguanodon hatte recht drastische Veränderungen in seiner Zeit erlebt, denn es wurde erstmals 1825 von Gideon Mantell benannt. Damals war es eine Art Nashorn-Eidechsen-Hybrid mit einem Horn. Heute stellt Iguanodon das Typusmitglied die Iguanodontide dar. Diese sind eine Schwestergruppe der Hadrosaurier. Iguanodon ist ein massives Tier, das bis zu 11 Meter lang und 4,5 Tonnen schwer werden konnte. Weiters geht man davon aus, dass Iguanodon sowohl eine zweibeinige als auch eine vierbeinige Haltung einnehmen und bei Bedarf von einer zu anderen wechseln konnte. Außerdem ist das Iguanodon einen Daumenstachel, den er an einem normalen Tag wahrscheinlich nur für die Nahrungssuche verwendete. Dies war jedoch kein normaler Tag, denn Iguanodon steht nun dem höchsten Raubtier der Region, dem Neovenator Auge in Auge gegenüber. Obwohl von der Isle of Wight stammend, war Neovenator kein Dinosaurier nach feiner englischer Art. Da Iguanodon massiv ist, muss sich unseren Neovenator seine endgültige Form weiterentwickeln, die 10 Meter Länge und konservative 1,5 Tonnen Gewicht. Zurück zum Kampf, der Iguanodon steht auf zwei Beinen, seine Daumenstacheln jederzeit bereit. Der Neovenator scheint recht agil zu sein, während er den Iguanodon umkreist. Um einen Biss zu landen, muss er nahe an den großen Ornithopoden herankommen. Er landet einen Treffer mit seinen 10, allerdings keinen kritischen. Er geht wieder auf Angriff, diesmal zu nahe. Iguanodon erwischt den Neovenator mit seinem Daumenstachel an der Unterseite seines Halses. Das Spiel ist aus. 75% gehen an Iguanodon, denn er ist unserem aufgemotzten Neovenator im Gewicht mit 3 zu 1 überlegen. Außerdem sollte man sich nicht mit seinem Daumenstachel anlegen. Lillian Sternos war ein basaler Neotheropode aus der Coelophysoidia-Klasse, das heißt er war eng mit Coelophysis verwandt. Fossilien wurden unter anderem in der Trossingen-Formation in Deutschland gefunden. Im Vergleich zu dem kleinen Speed-Dämon Coelophysis war Lillian Sternos jedoch ein Riese. Mit einer Länge von knapp über 5 Meter und oberen Gewichtsschätzungen von bis zu 200 Kilogramm war er ein absoluter Vorreiter der Theropoden. Lillian Sternos lebte noch in der Trias, einer Zeit in der die Dinos noch nicht das Sagen hatten. Erst gegen Ende der Trias wendete sich das Blatt zu Gunsten der Dinosaurier. Lillian Sternos war einer der wenigen Raub-Dinosaurier der Trias, die die 100 Kilomarke sprengten. Im Jahr 1988 vermerkte Gregory Paul, dass Lillian Sternos seine Zahnreihen nutzte, um Prosauropoden außer Gefecht zu setzen und seine Schnelligkeit um flinke Onifischia zu fangen. Wohl einer der Gesichter der Trias ist der allbekannte Plateosaurus, ein früher Sauropodomorfer, der auch in der Geschichte die Dinosaurierforschung als ein Urgestein erscheint. Erstmals 1834 gefunden und 1837 beschrieben, noch bevor 1842 das Wort Dinosaurier erstmals gedruckt wurde. Plateosaurus trug im 19. Jahrhundert in großen Stücken zur paläontologischen Revolution bei und symbolisiert den Aufstieg der Dinosaurier wie keins weiter. Plateosaurus trossingensis, Plateosaurus longiceps und Plateosaurus gracilis sind die drei bekannten Spezies dieser Gattung. Aber welche Kraft steckt hinter diesem frühen Gigant? Die Typ Spezies Plateosaurus trossingensis erreichte wohl eine Maximallänge von 4,8 bis 10 Meter und ein Gewicht von 600 Kilogramm bis 4 Tonnen, während Plateosaurus gracilis nur 4 bis 5 Meter und daher eher in der unteren Umgebung der allgemeinen Gewichtsspanne für Plateosaurus zu Hause ist. Plateosaurus gracilis ist ebenfalls aus der Trossingen-Formation bekannt. Plateosaurus war nicht nur zweifüßig, sondern auch vierfüßig unterwegs. Der Beidfüßerstand und seine kurzen muskulösen Arme würden ihn wohl beim Erreichen und Greifen von Nahrung unterstützen, während die Vierfüßigkeit ihren Einsatz fand, wenn Plateosaurus unterwegs war. Aber wie sieht ein Kampf der beiden aus? Ein 200 Kilogramm Liliensternus Liliensterni gegen ein 600 Kilogramm Plateosaurus gracilis, um das Ganze fairer zu machen. In diesem Kampf besitzt Liliensternus den Vorteil in Geschwindigkeit und könnte wohl Kreise um Plateosaurus laufen und ihn mit seinem Gebiss durchaus schwer verletzen. Plateosaurus besitzt einen massiven Massevorteil und auch leichten Höhenvorteil. Weiters besaß Plateosaurus starke Arme. Plateosaurus beste Waffe ist seine Masse. Er ist jedoch vermutlich nicht schwer genug, um Liliensternus komplett zu erdrücken und würde sich vermutlich schwer tun, diesen überhaupt in diese Lage zu bringen. Plateosaurus starke Arme und Nasse lassen ihn hier aber nochmal als Sieger vom Platz gehen. 70% gehen am Plateosaurus. Das war's mit 10 Liliosaure, die wirklich gekämpft haben könnten. Ich hoffe ihr konntet etwas Neues oder Interessantes lernen. Für weitere Videos könnt ihr gerne die Playlist abchecken. Und damit noch einen schönen Tag oder Abend. Megaraptor out. 4 5 5 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15